Das kann ja wohl nicht wahr sein! Schatz, es ist wonach es aussieht. Der Lawnmower 4.0 von Manscaped. Wasserdicht, mit praktischer LED- und Skin-Safe-Keramik-Klingen, die deine Haut vor Schnitten schützen. Er ist Teil vom Performance Package 4.0, dem All-in-One-Kit für die Herdenpflege. Auch mit dabei ist nicht nur der praktische Nasen- und Ohrenhaartrimmer gegen Unkraut in den dunkelsten Höhlen, sondern auch eine wohlschmecklich, meine wohlriechende Intim-Devolution und ein Erfrischungsspray. Dazu empfehle ich das sechsteilige Edelstahl-Nagel-Pflegeset. Oho! Was für ein Mann! Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung, um mich zu supporten und hab mit Manscaped das perfekte Weihnachtsgeschenk mit 20% Rabatt mit dem Code ZEV. Du w spielst 18-19 Pardon Amelia, mal eine Abangekulant-Saeemische 128- suas Anst Monster weiß oder doch nicht? Du w hreyst prim. Du w hreyst! Und du w hreyst! Du w hreyst! Du w hreyst! Du w hreyst! Soll ich jetzt schon die Fragen stellen oder machen wir das später? Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh der Scheiße. Darf ich das nochmal sehen? Und spielen wir den jetzt? Okay. Oh Gott, das will ihn. Mach das weg. Das ist ein Joke oder? Wie kann man denn so aussehen als wäre man 42 Jahre alt gleichzeitig? Spiel, wir müssen reden. Ja und damit herzlich willkommen zu Sinnfeld Remastered. Was? Fragt am besten nicht. Guckt es euch einfach an und lasst einen Daumen nach oben da, dann sind wir alle zu. Ich weiß nicht aus welchem Gully ich das wieder gezogen habe, aber ich freue mich gerade irgendwie drüber. Was? Du wüsstest wie man craftet mit dem Müll oder was? Okay, Jimmy Neutron. Wollen wir mal gucken, was dein überdimensionierter Schädel hier so fabriziert. Geil, dass ein Subwoofer in deinen Füßen eingebaut ist. Da kann jeder unser nächtliches, ich schleiche jetzt mal durch ein Flur, Abenteuer auch mitbekommen. Also falls es hier war, dass du hier irgendwie keine Aufmerksamkeit errätst. Wobei, wir fangen nicht mit deinem Gesicht an, wir lassen das einfach. Hallo? Hallo? Cutscene? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will den nicht spielen. Ich will diesem Slimfit T-Shot. Oh nein. Ich habe das Gefühl danach, wenn ich hier fertig bin, muss ich diesen Maus sauber machen, Alter. Ach. Ach komm schon. Hi Fahrrad, grüß dich. Oh Mann. Gott. Was haben wir denn hier? Oh wow. Das sieht gut eingerichtet aus. Mensch, ich bin ja beeindruckt. Sogar Ananas, ja alles am Start. Wahrscheinlich wastest du mein Zeit. Oh Gott, die Füße. Ich will nicht. Alles daran ist übelst creepy, Alter. Das ist wahrscheinlich, wo er seine Teller hinstellt. Das ist wahrscheinlich, wo er seine Teller hinstellt. An deinen Maul, Alter. Du weirdo. Oh Gott. Stell dir vor, du hast Besuch, ne? Von jemanden, den du nicht kennst und dieser Typ. Du zeigst ihm so das Badezimmer. Er guckt auf die Toilette und sagt, das ist wahrscheinlich, wo er zur Toilette geht. Ich... Wir fragen alle nicht, okay? Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, wann ich die Fragen stellen darf, ist nie. Absolut nie. Ich denke am besten nicht drüber nach, dann habe ich ein zufriedenes Leben weiterhin. Du, wir alle hatten Träume. Wie hat denn so ne Dinger in seinem Zuhause? Ist das Blut? Ich glaube, das ist wieder so ein Spiel, was ich über Horrorgames lustig mache. Oh, Alter, ne! What? Der hat auch einfach mal kein Kind. Der ist Halt! Er ist definitiv ein Mörderer. Und dann kommt gleich... ...die Unterlöp... ...die Unterlöp... Oh Gott! Hilfe, Alter! Einfach nur Hilfe! Ich würde ja sagen, ich ducke mich, aber ich kann nicht aufstehen! Ah! Roger Klotz, Alter! Ist du nicht der Typ aus der Zigarettenwerbung? Ich suche meinen Kindern. Ich suche meinen Kindern. Haben sie es irgendwo gesehen? Ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie ich das kommentieren soll, Alter. Ich weiß... Wüsstet ihr, was ihr dazu sagen sollt? Ich verstehe... Ich weiß es überhaupt gar nicht. Cool! Okay. Äh... Die Brezel! Das schickt mich ja alles, Alter! Ah! Gott! Habe ich da hingepinkelt? No! Ich ekel Baguette, Alter! What's this now? Keep my crystals cool in the fridge, don't touch! Hat er das für mich hingemacht? Oh my god! Ich glaub das nicht! Das ist eine wunderschöne Ellfalle! Das ist wirklich cool! Kommt da wer? Achso, nee, ich guck da hin! Oh! Ich dachte... Oh! Wird's jetzt hier so ein Room Escape Ding? Dann könnte es auf jeden Fall interessant werden! Das haben wir hier. Weiteres Beweismaterial. Stromkasten. Ich seh mich mal weiter... Äh... What, what, what? What, what? What? Ich hab das Gefühl, ich kann keine zwei Meter laufen, ohne dass ich irgendwas Krankes aktiviere! Was läuft da am PC? Ah, die Orphanischen lassen mich nie auf meinen Knie haben! Was zum verfluchten Haufen Pferdeäpfel ist hier zum Teufel los, Alter! Was? Ich bring jetzt die Bombe zum Explodieren! Ich hab kein... Ich darf nicht! Ach nee, da ist doch fein Herr wieder zu fein für, ne? Das ist genau mein Spiel, Alter! Das ist es! Das, was ich schon immer wollte! Feuerwehr ist begeistert von dieser Anordnung von Kerzen da auf dem Holzfußboden! Ich kann hier nicht schlafen. Ich wüsste mich, ob ich ins Bett gehen kann. Ich frag mich, ob ich jetzt schlafen gehe! Ihhh, nee! Raus aus fremden Leuten, Bett! Okay, bye! War nett mit ihr! Schön, dass wir uns mal unterhalten konnten! War ja lange überfällig! Wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen, ist klar! Da gibt's halt mal reichlich zu erzählen! Also, ich bereue die Zeit, die wir verbracht haben, nicht? Mir liegt ein Hammer! Cool! Was hast du dazu, Mr. Keobis? Soll ich den Kristall hier eigentlich mal nehmen? Oder? Left-Mouse take, right-Mouse put back! Ich nehme das! Easy! Ähm... Excuse me? Oh Gott, ich hab Anahmen ausgelöst! Bin ich jetzt hier in irgendeinem Computerprogramm? Oder reset? Au! Au! Oh, ja! Geil! Mega, Digga! Auch ganz unauffällig! Ja, lol! What the fuck? Ich hab ne Freundin! Ich schwör! Okay, du hast recht! Ich liebe Mühe! Äh... Alter! Finger da raus! Waaas? Waaas? Alter! No fucking way! Ich... Das... Das... Das ist so'n Spiel, wo... Da kam... Da kam... das übelste Secret-Geheim-Mega-Level mit End-Boss-Fight los! Das fängt wieder von vorne an! Arschgeile Nummer! Dieé... Ich fühle mich auf... Ich fühle mich auf, meine Frau! Bis zum nächsten Mal.